Parzival 68 Ein Hörbuch von und mit Gerhard Illy Musik, Text und Sprecher Gerhard Illy Kopyleft bei Gerhard Illy 2020 Unter Creative Commons Lizenz publiziert Schon als Jugendlicher faszinierte mich die Geschichte Parzivals Dieser törpelhafte und unerfahrene Junge, fern der Welt erzogen welcher erst langsam dank verschiedenster Abenteuer und Erfahrungen sich zu einem modellhaften Ritter entwickelte und so schliesslich den Graal erlangen konnte Und warum eigentlich nicht diese wunderbare Geschichte in die Jetztzeit verlegen? Klarerweise kann es sich dabei nicht um einen fahrenden Ritter drehen Aber plötzlich sah ich es klar Ein unbedarfter Musiker, Autodidakt ausserdem Reicht mit der Zeit den Gipfel des musikalischen Wissens Ich beschloss dabei, die originalen Namen des Epos von Wolfram von Eschenbach zu gebrauchen Auf diese Weise vermeide ich, reale Personen zu nennen Aber jeder kann sich das Seinige denken Ich bin ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020